Die hierzu erwerbende modernisierte Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich in Oberhausen-Altstadt-Mitte. Das im Jahr 1976 erbaute Haus verfügt über fünf Etagen. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 74 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 99.000 Euro. BHW Immobilien GmbH beantwortet gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.